Vindalhou ist ein beliebtes, scharfes indisches Gericht. Es entstand in Goa, das 450 Jahre lang die Hauptstadt der Kolonie portugiesisch Indien war. Die Portugiesen brachten eine typische Zubereitung Saat für Schweinefleisch mit. Das Marinieren in Wein, Knoblauch und Gewürzen auf portugiesisch Carne em Vinha de Alhos. Da Goa bis in die 1960er Jahre unter portugiesischer Kolonialverwaltung stand und entsprechend viele Einwohner sich zum Christentum bekannten und daher Schweine und Rindfleisch essen durften, wurde das Gericht oft zu besonderen Anlässen serviert. Es erfuhr aber eine linguistische und kulinarische Transformation. Aus Vinha de Alhos wurde Vindalhou und heute Vindelou anstatt Schwein wird oft auch Geflügel verwendet. Als Gewürze werden heute Ingwer, Chili-Schoten, Kreuzkümmel, Pfeffer, Körner, Kadamum, Nelke, Piment, Tamarinde, Zimt, Senfsamen, Boxhornklee, Koriander, Kurkuma oder eine fertige Vindelou-Curry-Paste genutzt. Das Gericht erfreut sich in Großbritannien einiger Beliebtheit und ist auf den Speisekarten vieler indischer Restaurants zu finden. In der englischen Umgangssprache wird es als Vindy bezeichnet und ist für seine Schärfe bekannt. Restaurants servieren dieses Essen mit Hühnchen oder Lamm, manchmal mit Kartoffeln gemischt. Im traditionellen Vindelou sind keine Kartoffeln enthalten, es handelt sich hierbei um ein Missverständnis, da Allo das Hindi-Wort für Kartoffel ist. Die Beliebtheit des Gerichtes hat ein englisches Lied zur Fußball-WM 1998 inspiriert. Des Weiteren gibt es ein Lied des britischen Guadracex Green Nunes auf der Revolution namens Tu Vindelous und Anonien-Bangé.